Hallo, herzlich willkommen in Brüssel. Mein Name ist Herbert Roll. Ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament aus dem Bergischen Land, aus Leichlingen. Ich bin hier Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe. Und in diesem Europäischen Parlament arbeite ich seit 2004. Und ich bin ein Stück zeigen, was hinter diesen Kulissen alles passiert, wie viele kleine und große Aktionen und Aktivitäten sind, damit das hier alles funktioniert. Übrigens, da hinten auf der Rückseite, da ist dann mein Büro, das sage ich Ihnen gleich. Hier stehen wir vor meinem Büro. Und da will ich Ihnen mal zeigen, wie es da drin aussieht. Hier ist das Büro. In diesem Büro arbeiten alle meine Mitarbeiter. Ich habe drei Mitarbeiter hier in Brüssel. Und hier nebenan ist dann mein Arbeitsplatz. Neben dem Arbeitsplatz hier habe ich ja auch noch ein Büro in meinem Wahlkreis. Und Sie sehen, hier sieht es richtig wild aus. Hier wird eben viel gearbeitet. Hier gibt es viel Papier. Hier ist viel zu lesen. Hier muss viel besprochen werden. Hier muss viel geschrieben werden, telefoniert werden. Und Praktikanten habe ich auch, weil ich immer Wert darauf lege, jungen Leuten auch die Chance zu geben, sich hier umzuschauen, Erfahrungen zu machen. Und insofern ist hier immer alles voll.